Sind in Deutschland die Verwaltungskosten ein bisschen außer Kontrolle geraten? Ja, das könnte man so ein bisschen meinen, wenn man die aktuelle Lage zur Grundsteuer betrachtet und dort feststellt, da läuft irgendwie nichts so nach Plan. Denn vor allem auch mit Blick auf die Situation, dass immer mehr Nettosteuerzahler und Steuerzahler in Deutschland hier ganz einfach eher Einspruch zum Beispiel eingelegt haben gegen die Grundsteuer 2022 hinsichtlich allen möglichen Bereichen, Neubewertungen, Verfassungsmäßigkeit und sonstiges. Da ist es doch durchaus so, dass man sagt, ja die Schätzungen aus dem Jahr 2019 dürften schon längst nicht mehr der Realität entsprechen, die man damals hier angesetzt hat. Doch ja, was war damals eigentlich geplant? Und was dachte man damals, läuft das alles so wie am Schnürchen? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, man muss ja wissen, immer wenn es so Gesetzesvorhaben gibt, dann ist es in dem Zusammenhang hier auch wichtig, dass der Gesetzgeber mittlerweile schaut, okay, wie ist denn die Kosten beziehungsweise die Gesamtsituation mit Blick auf zum Beispiel, ja die Einnahmen beziehungsweise die Ausgaben. Und hier ist es durchaus so, dass es auch die Schätzungen gab für die Grundsteuer, was das Ganze eigentlich kosten sollte. Wichtig an der Stelle ist, dass in diesem Bereich immer nur sehr, sehr wenige, ja sag ich mal, Themen eingerechnet werden. Doch durchaus auch spannend, wie sich hier die Gesamtsumme zusammensetzt. Also ganz wichtig ist zum Beispiel, die Gesamtsumme für die Ersterhebung nach der Neubewertung wurde festgesetzt mit 1,8 Milliarden. Also 1,8 Milliarden hier im Großen und Ganzen als Kostenblock. Ganz wichtig ist zumindest, ein Teil der Steuerzahlerstunden wurde hier mit einkalkuliert. Das heißt aber auch ganz wichtig in dem Zusammenhang war auch die Frage hier vom Deutschen Bundestag, ich glaube 2019 war das, wurde hier auch die Frage gestellt, naja, wie setzen sich die Kosten zusammen? Und da wurde explizit gesagt, diese 1,8 Milliarden zum Beispiel sind nur darauf bezogen, wenn alle Bundesländer die Bundesmodelle hier verwenden würden, beziehungsweise das einfachste Modell. Die Öffnungsklausel wurde aber auch schon seitens des Bund der Steuerzahler sogar kritisiert, weil man hier zum Beispiel ganz klar sagt, naja, das würde ja eine Kostenexplosion nach sich ziehen. Und plötzlich ist es auch so gekommen. Man muss ganz ehrlich sagen, mit den offiziellen Zahlen halten sich aktuell die Behörden zurück, weil sie es auch nicht abschätzen können, weil zum Beispiel diese Einspruchswelle von mehreren Millionen Einsprüchen, damit hat keiner gerechnet. Und das verursacht weitere verwaltungsinterne Kosten, wo man sich irgendwann auch schon die Frage stellen muss, naja, wird das überhaupt sich hier dann noch rentieren? Nicht nur mit Blick auf die Kosten, die jetzt im Nachhinein noch kommen, sondern auch, was man ja immer auch gegenüberstellen muss, der potenzielle volkswirtschaftliche Schaden. Denn wie gesagt, in dem Zusammenhang keine Einsprüche, reines Bundesmodell, keine Steuerberaterkosten. Also auch zum Beispiel unsere Mandanten, die es nicht selbst machen kosten, mussten ja uns bezahlen oder eine Steuersoftware bezahlen, damit sie hier diese Möglichkeit haben, hier ganz einfach die Grundsteuerpflichten zu erfüllen. Und das waren schnell mal 300, 400 Euro pro Mandat, die hier angefallen sind. Keine Verwaltungskosten hier für Eigentümer. Auch das ist so ein Punkt, da habe ich zwar irgendwo gelesen, dass man hier mit 2,1 Millionen Stunden rechnet, seitens der Selbstverwaltung. Aber das ist doch auch wieder was, wo ich sage, das ist ein bisschen positiv geschätzt. Und ganz wichtig muss man sagen, an der Stelle auch der Blick darauf, das kommt ja alle sieben Jahre erneut auf uns zu. Und bei den Aktualisierungen rechnet man aktuell mit 200 Millionen pro Aktualisierung. Wenn man diese Zahlen jetzt da hat, wie gesagt, das sind Anfragen hier aus dem Deutschen Bundestag auch, dann kommt man hier auch zu zwei Punkten. Zum einen, ganz klar, diese laufende Aktualisierung zieht einfach massive Probleme nach sich. Plus zusätzlich, wir wissen ja auch, dass die Kostensituation sich seit 2010, wo die erste Kostenhebung stattfand, mit Blick auf dann 2019 die zweite Kostenschätzung massiv erhöht haben. Also bedeutet auch, man kann auch in dem Zusammenhang locker mit 30 bis 40 Prozent mehr an Kosten rechnen, was hier ganz einfach zu Buche schlägt. Plus zusätzlich, das fehlende Geld dann durch die Grundsteuer, wo wir ja auch schon aktuell jetzt, ja wie gesagt, viele Einspruchsverfahren betreuen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite, hier ja, wie gesagt, die Verwaltung noch mal in Anspruch genommen wird, wo eben auch ganz klar Verwaltungsmitarbeiter, zum Beispiel im Bereich der, ja sagen wir, Veranlagungsstellen jetzt fehlen, wo Büroräume teilweise leer geräumt wurden, nur um dort Grundsteuern auszudrucken und zu lagern. Jetzt muss man da aber fairerweise gegenüberhalten, und zwar die 14,87 Milliarden ungefähr an Steuereinnahmen. Das ist ja auch wieder ein Thema, was man sagt, okay, trotzdem 10 Prozent Kosten und dann 90 Prozent Rendite, das ist ja nicht schlecht. Wobei es in dem Zusammenhang, hier wie gesagt bei den 1,8 Milliarden, ja auch nur um die Ersterhebung geht. Um die ganzen Verwaltungskosten, die wahrscheinlich auch noch mehrere hundert Millionen pro Jahr sein werden, für zum Beispiel Gebäude, Personal, Erhebung und sonstige Kostengebühren, die ja auch dann wieder Verwaltungsmitarbeiter binden, da wird es wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen mehr werden, was uns diese Grundsteuer kostet. Aktuell zumindest ist die Grundsteuer eine sehr ertragreiche Steuer, mit Blick auf die, sag ich mal, offiziellen Meldungen her. Wobei, wie gesagt, fairerweise muss man auch sagen, zugunsten des Steuerzahlers, alle Zahlen, die eigentlich so von Behörden kommen, kann man erfahrungsgemäß mittlerweile mal zwei oder mal drei nehmen und dann kommt man annähernd hier an die Realität heran. Wir sehen aber natürlich an der Stelle, dass es durchaus Steuern gibt, die auch, sag ich mal, mit einer gewissen Rendite verbunden sind, wo man ja ganz fair sagen muss, Steuern rein aus ideologischen Gründen zu behalten, bringt nichts. Bestes Beispiel ist die Erbschaft und Schenkungssteuer, die lange Jahre defizitär war, mittlerweile positiv läuft, zumindest auch hier wieder mit Blick darauf. Aber fairerweise muss man auch wiederum sagen, dass diese Verwaltungsmitarbeiter könnten mehr eventuell erwirtschaften in der freien Wirtschaft, mehr Wohlstand schaffen und zudem auch ganz fairerweise muss man sagen, dass zum Beispiel im Bereich der Bewertungen, das ist ja ein Bereich, muss man fairerweise sagen, der massivst unterbesetzt ist. Also und da geht es jetzt nicht darum, also meines Erachtens nicht darum, dass jetzt die Politiker mit diesem Statement sagen, hey, boah, ja da erhöhen wir ja gleich den Personalbedarf im Bewertungsbereich. Nein, sondern weil man hier einfach doppelte und dreifache Bewertungen durchführt, zum Beispiel für Grundsteuer, Erbschaftssteuer, unterschiedliche Modelle hat und zum Beispiel auch in anderen Bereichen hier in Bewertungsstellen herangezogen werden, wo man eigentlich auch ganz klar sagen könnte, würde man hier zum Beispiel die Gesetze miteinander an bestimmten Positionen verknüpfen, würde man sich hier auch zugunsten des Nettosteuerzahlers enorm Steuern sparen und dementsprechend auch hier volkswirtschaftlich ganz einfach Mehrwert schaffen. Ein wichtiger Punkt muss man aber auch noch sagen, die Grundsteuer dient ja überwiegend zur Finanzierung der Kommunen, deswegen ist es auch hier fairerweise so, dass man sagen muss, es ist mit einer der größten Einnahmequellen einiger Kommunen, aber auch hier steht man wieder dem gegenüber, wie groß ist der volkswirtschaftliche Schaden, der zum Beispiel hierdurch entsteht und wie groß ist am Ende der volkswirtschaftliche Nutzen, der eigentlich nur hier steuerpolitische Natur ist und deswegen, wie gesagt, kann ich weiterhin bloß sagen, meines Erachtens alle Realsteuern abschaffen, die mit Blick auf kommunaler und ländlicher Ebene sind, also sprich zum Beispiel Einkommensteuer, zum Beispiel mit Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Erbschaft- und Schenkungssteuer und das zumindest mit einem ja sauber durchdachten Ertragssteuersystem im Bereich der Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer oder zum Beispiel auch mit Blick auf die Einkommensteuer durchzuführen. Das würde wahrscheinlich auch verwaltungskostentechnisch den einen oder anderen Mitarbeiter hier ganz einfach für die freie Wirtschaft, für die Netto-Steuerzahler bedeuten. Vielen Dank.